15 Sekunden bevor wir den Wettkampf offiziell beginnen, das Gewicht ist auch schon geblendet, der erste Athlet ist eine Athletin, Victoria Hahn von Acker Nordwien, eine der stärksten Damen, die wir in Österreich haben, Polizei SV, Polizei SV, okay, es ist eine Wettkampfgemeinschaft Acker Nordwien, Polizei SV, und ich denke wir sind soweit, Zeit wird gestartet für Victoria Hahn von 80 Kilogramm. Super, super! Super! Und der Versuch ist gültig, mit einem schnellen Handlauf 107 Kilogramm bringen, 90 Kilogramm vorbereiten. Die Haken schnell nach oben an, oder? Ah, wie vorher, Vicky! Voll gut! Die waren gut vorher. 90 Kilogramm bereit. Wollst du jetzt? Zweiter Reister Sohn, Victoria Hahn. Ah, wie geht's? Und Abspannen mit der Hockey. Jetzt schon Wischi, wie geht's? Gut! Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Wertig ziehen, gut, so geht's. Ah! Nicht Zeit, Nicht Zeit! 空 maat! Ja, auf und Yasmin, g puta! Prof na rasen von Machin, wow! Wenn Du schiebst, hat mich ich wieder mit 정 Resident. Ich gebe jetzt09. Davon, keine Hmm, in der Hand. Versuch! Dad! Ruhigas, komm! Ruhigas, spornas, komm her! Komm, wir gehen! Das ist leider gescheitert, aber ich habe in der Zwischenzeit erfahren, auch die 90 Kilogramm waren schon ein...